jo leute und damit willkommen zurück zur pokémon challenge mit dem flash mit centus ja sagen dann wollen wir mal vor allem du kannst also bei dem emulator trotzdem laden ja das ist ich habe die maus im bild ich meine ich weiß es nicht das ist geil so wie kann ich ja auch ich habe kein geld mehr was ist bei mir denn los tränke habe ich denn noch was zu verkaufen ein paar mehr nein alter was habe ich denn alles so weit verblatt ich hab sechs tränke ich wollte was auch bieber das ist geil ja ich tausche mit chillock hast du schon hast du deinen pokémon abgegeben habe ich schon gemacht alles okay ich mach das mal eben das alles ist geil okay dann wollen wir mal gegen den ersten typ hier kämpfen mit sie von mir laba 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 ich muss auch mit maus machen wegen kreuzerein machen habe ich gar nicht gemacht weil sonst wäre das zu viel geworden katsch hat keine einzige normale attacke das ist natürlich ein bisschen mies ne angriffe runter machen bieber 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 was hast du denn furienschlag hat er noch zu not okay das ist super den angriff senken obwohl jetzt gehen ja keine sonderattacken aber sonderwelle passt das nein natürlich nicht inaktiv bestimmt klappt natürlich nicht wie gesagt hätte er klappen können er hätte ich muss denn doch gar nicht kämpfen ich kann doch um den rumgehen was los mit dem okay komm na zwei pokémon erhöhe ich meine geschwindigkeit ein bisschen dass das ein bisschen schneller habe ich schon fahrt fehler nix tschüss 125 alles gut mit dir aber wir machen dann eine runde kämpfen zwei pokémon klein stein tschüss und nix tschüss so das war's mit rocco ja wenn du auch wasser pokémon hast und das ist das klar ja das ist doch schön das flash und ltm 34 und tschüss hat finde ich aber mir dauert das eh noch geduld ja er will das gelaber jucken hier dann gehen wir kurz mal pokémon heilen so und schönen screen wechseln da ist auch schön der ordner den ohren schon eingeblendet ich darf gleich nicht falsch drücken beim wechsel und habe ich wieder ohne das komische schule museum so jetzt muss ich mal kurz die karte aufrufen jetzt gegen rocco hallo rocco naja laber 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 nicht so viel kommen wir kämpfen ich muss immer recht hin habe ich gesagt kämpfen ach jetzt erst mal sichern ja ordnen ein wow war ja schnell noch mal heulen gegen kleinstein mit pikachu um den angriff runter zu hauen jetzt habe ich gar nicht auf dem bildschirm mit pokémon als nächstes brauche ich glaube es war die hat mir glaube ich auch wieder gleich fast mit schmiedbo ich habe eine tschüss kleinstein und klammer mittel gleich sein ist der sieg gesteine normal das ist super das bietet sich ganz gut an gegen onyx komm einmal giftpuder auf onyx ja hyperheiler ist klar willst du mich verarschen der kam noch nicht mal bei mir an hyperheiler vor allem der sitzt dauernd hyperheiler ein wenn ich giftpuder einsetzt was soll die scheiße denn das ist doch geil wie viel hyperheiler hat der spacken denn bitteschön die haben unendlich anscheinend wohl ja aber jetzt hat er nicht mal eingesetzt ja oder die haben immer sechs stücke oder so weiß ich das weiß ich gar nicht die haben irgendwie so eine gewisse anzahl bei sich onyx ist besiegt also ist der spasten auch hier weg so und jetzt geht es los hier mit den ersten trainern hier finstoß tschüss finstoß bla 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 und da habe ich den orden bekommen einmal wechseln das kämpfen überspringen wir mal ganz schnell hier jetzt kann ich jetzt kann ich einsetzen jaja ich weiß gar nicht wo hat man aber blitz herbekommen wo so nicht mehr keine ahnung hast du ihn herbekommen ich bin meist ohne blitz irgendwo her durchgegangen das war mir nicht zu langweilig ich weiß auf die attacke geduld ehrlich ja ja gut wenn ich nicht runter ich traine erstmal grad schön tauboga ja ja brauche ich nächstes mal ist normal da habe ich nämlich auch wieder ein vorteil gestein und normal obwohl gestein gegen wasser ist immer so die ich habe in der nächsten arena brauche ich also nimm mal kurz aus der liste rocco raus jetzt weil das erledigt ist oder warte mal ach stirb doch einfach safkon alter schwede einmal so jetzt haben wir den hier schwe ein pummeldorf bei misty brauchte ich ja feuer und boden ein habitag bei misty brauchte feuer und boden das kann was werden ja ich will kein habitag pokémon mitnehmen pokémon pokémon nein natürlich noch nicht naja ich baue jetzt ein gestein für man da mitnehmen ach so kleinstein war doch ja und ohnex ich glaube die waren auch gleich stein ne mhm deswegen so ein kleinstein ist auch nicht immer schlecht zu haben und für tausch nach oben zum trainieren und boden habe ich natürlich nicht warte mal welche warum kann ich dann ablegen den ich mitnehmen will momentan legen ich glaube ich lege bibor ab brauche ich nicht mehr ja bibor will ich auch nicht haben tschüss ich mag auch smedborn nicht lege ich jetzt auch ab doch smedborn mag ich lieber aber ich habe taubstab gelegt ich idiot ja ne doch nicht ja ich weiß ist auch immer gut dass es schnell vorbei oh ich bin ein held voll die maus ne alter ich guck grad oben auf obs ne seh ich meine maus mit nem bild aber sie war nur oben bei obs drinnen ich guck ja auch über obs ja aber ich guck mal ob das immer alles läuft ja ne ich guck direkt über obs ich guck mal ob was sie haben habitax weil ich kann das bild nicht größer machen weil sonst das ist zu gequetscht oder zu lang gestreckt alles ja guck mal ich hab ich hab's ich hab's genauso groß wie der emulator ist hm hä warum hat man denn blitz herbekommen oder ist die höhle weiß ich nicht aber jetzt ich glaub hier noch nicht irgendwo ja die höhle ist noch sichtbar ja dann ja jollo hier friss bist du schon in der höhle ja oh super ne wir hier erstmal schön unterwegs trainieren dann trainier jetzt erstmal Glumander dann musst du hier auch ja ich trainier jetzt Tauboga bis Taubos ja wir sind ja sowieso wenn wir wieder vorm Arenaleiter sind ja auf jeden Fall wieder äh trainieren dann haben wir gesagt Tauboga weißt du ja ja Tauboga entwickelt sich hier erst Level 36 oder so hab ich ja schon 1,20 oh jaa Kleinstein ja Level 36 naja das dauern ja gut jetzt ist nur die Frage wie krieg ich Kleinstein wenn meine Pokémon schon so scheißen hoch sind ich will keine Pokémon wechseln gut erst mal direkt oh ja ja attaktipps daneben ist klar yeah oh verbrannt cool oh das kann aber trotzdem was wegen die Sterne und Stamm ich mach einen kurzen cut achso ich bin schon soweit ja klar feuchern willst du denn mit mir cut machen ja und dann mach ich auch einen kurzen cut Leute bis gleich bis gleich bis gleich